Dieser Winnetut, das war halt noch eine anständige Rothaute, ein anständiger roter Bruder, oder? Der hat auf seinen Stamm geschaut, der hat sein Volk beschützt und wenn ich den Karl May richtig verstanden habe, dann hat er tausendmal lieber die Friedenspfeife geraucht, als dass er das Kriegsbeil ausgegraben hätte. Die Friedenspfeife